Bonjour et bienvenue dans la Guglubox. Diesen Monat, wir probieren etwas absolut besonderes, weil wir sind wieder in dem Rhône. Letztes Mal, wir waren in Irak, wir waren auf der rechten Seite des Rhônes dieses Mal. Wir werden gehen in die Bombe de Venise. Woher sind wir? Wir sind wieder absolut nicht weit. Das muss 50, 60 Kilometer, nicht mehr weiter. Aber wir sind jetzt auf der linken Seite des Flusses. Was probieren wir? Wir sind in einem Weingut, der ist ein bisschen besonders. Weil wir sind bei Château La Croix des Pains. Die Gugluboxer, wir waren da seit der ersten Box, werden kennen diesen Weingut. Weil wir hatten schon probiert den Ventoux von diesem Weingut. Und jetzt, wir probieren ein anderer Wein, etwas, was ich noch nie gehabt habe ins Geschäft. Wir probieren den Bombe de Venise. Venise hat natürlich nichts zu tun mit Venedig, denn Franzose verkaufen kein italienisches Wein jetzt. Die Flasche ist sehr, sehr, sehr besonders, weil jede Flasche von Bombe de Venise hat das Logo von Bombe de Venise. Und wenn Sie sehen unter die Flasche, ist auch geschrieben Bombe de Venise auf die Flasche. Das ist die traditionelle Flasche aus dem Bombe de Venise. Und dieses Weingut, Château La Croix des Pains. Sie haben vielleicht schon gewusst. Ich bin ein total Gruppi. Ich bin so Fan von diesem Weingut. Und noch mehr. So Fan von dem Winzer, wie er heißt Monsieur Valade. Er ist ein sehr, sehr berühmt und sehr respektiert Önolog. Und produziert Wein. Wir sind absolut sensationell. Die Weingut, La Croix des Pains, direkt unter dem Mont Ventoux, auf den Füßen von dem Mont Ventoux. Ist etwas, ein traumhaft Ort. Das ist so, so schön. Was haben wir in dieser Flasche? Wir haben drei Reben. Wir haben Grenache. Wir haben Syrah. Und wir haben Mourvert. Und dieser Wein, muss ich sagen, ist fast à la carte. Es gibt zwei Möglichkeiten zu es trinken. Zwei Möglichkeiten. Die werden den Geschmack total, total, total anders. Wenn Sie haben Lust auf ein Wein, ein bisschen mehr frisch, ein bisschen mehr knackig. Ich fasse das Gefühl zu direkt die Reben essen. Ein Wein, wie wird nur die Schwarzenessbeer, die Brombeer, die Pflaume, auf etwas würziger. Aber sehr, sehr dezent, sehr frisch, sehr fruchtig. Sie haben nur die Flasche zu öffnen. Vielleicht lassen 10, 10 Minuten, 15 Minuten ein bisschen Luft. Und Sie werden ein Wein, wie bleibt eine schöne Fruchtbombe, aber trocken. Wenn Sie haben Lust auf ein Rotwein, ein bisschen mehr würziger, ein bisschen mehr kräftiger, muss ich ehrlich sagen, den Wein vielleicht zwei, drei Stunden ein bisschen Luft geben oder mehr. Und Sie werden ein Rotwein, der ist viel kräftiger, viel würziger, schokoladig, etwas ein bisschen pfefferlich am Ende des Golmen, trotzdem der Pflaume im Geschmack, aber ein Wein wirklich viel würziger. So, das ist à la carte, das ist wo, wie Sie haben Lust. Die Glu-Glu-Box, das ist die Freiheit. Ich bin sehr glücklich zu das präsentieren. Immer wie immer, die Château d'Acroix des Pins ist alles bio. Und immer die Detail, ich finde cool, wenn Sie mögen den Wein, Sie können einfach den Namen von dem Wein raus und die Etikette mit dem Namen von dem Wein halten. Und wenn Sie ein echtes Jungs, ein echtes Mann wie ich, Sie lassen diese Etikette in Ihre Hose und Sie waschen Ihre Hose mit dem Etikette und Sie verlieren es forever. True story. Viel, viel Spaß mit diesem Wein von Jean-Pierre Valade, viel, viel Spaß mit La Croix des Pins. Willkommen in die Bombe de Venise und a bientot, les amis. Tschüss. Was machte Papal zu beruf? Das ist gut.